Grüße Sie in Ihrem Haus. Grüße Sie in Ihrem Haus. 3 Stunden. 5. Mareike Ehlers. Herzlich willkommen. Kommt ein bisschen näher zu Herrn Halbmann. Dann gucken wir alle mal auf, was passiert. Das ist das Ergebnis. Wir müssen jetzt an den Händen machen, wir werden das in den letzten Jahren. So, wir haben uns erlaubt, das Bild direkt ein Silber anzulegen. Damit Sie keine Last haben, das Silber ausgeben zu müssen. Das ist sehr gut für 5.000 Euro. Das ist sehr gut für mich.